Und damit ein recht herzliches Willkommen zu Let's Play Omsi 2 auf der Map Berlin X10. Ja, wir fahren heute vom Betriebshof Starnsdorf aus nach Waldschenke, um von dort aus die Idee 626 anzutreten. Ich starte mal die Elektrik, steige dafür ein. Oder kommt da noch nicht was rein? Äh, ja. Jetzt natürlich. Elektrik gestartet. Machen wir das mal. 1, 2, 3, 4 für den Pin schon mal. Abfahrtsprung im Betriebshof ist um 5.00 Uhr 4.50 Uhr. Abfahrt dort 5.00 Uhr 4.00 Uhr an der Waldshirke. Also wir haben 6 Minuten theoretisch darüber. Das heißt, wir werden gleich die Fahrzeit auf 8.50 Uhr stellen. Ich werde gleich erstmal zurück garantieren. Und dann kommen wir. Dann stecke ich mal schon mal das C-3-Z ein. Natürlich nicht. Da müssen wir kurz in die Funktionen. Fahrerkopf-Fokulation. Matrix. Egal, ich jetzt weiß, ich mache jetzt nichts daran. Mal schauen, ich mache jetzt ein. Mal schauen, ich mache jetzt. Stellt gerade mal die Zeit vor, auf 58, 33, sodass wir real darüber fahren. Da kommt nix, da auch nicht. Man merkt aber auch, es ist sehr dunkel. Dafür liebe ich, ob sie diese Hängereien. Ja. 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 Das seht ihr jetzt auch in meiner Aufnahme. Mir ist das Latte aber ja. Das gehört dazu. Was ist der Nachteil von diesem scheiß Lader? Ich habe hier gerade etwas getrunken. Dann so weit. Das ist ja echt scheiße Lader. Anfänger Anfänger hier Anfänger damit das Weil Verhältnisse sind. Ich kann da noch nichts dafür. Ich kann noch was dafür. Ich weiß aber nicht, wieso. So. So. Direkt weiter, auf der Box ist ein LKW unterwegs, wow, Lifetrack. Ja, ich dachte mir mal, ich mache heute mal mit einer Betriebsfahrt und Betriebsrugging, für euch, mit dem schönen Ding, ja, mit dem Repetit von RegioBus Potsdam, so wie es sich gehört auf der Linie, weil dort oben nicht mehr, die Havelbus ist jetzt irgendwie RegioBus Potsdam, soweit ich weiß, ich kann dazu leider nichts sagen, ich habe das nur zufällig mitbekommen und gehört irgendwie, ja, ich weiß es nicht. Wenn jemand das weiß, kannst du gerne in die Kommentare schreiben. Ja, das ist gut. Ja, das macht scheiße. Da kommt der Gegenruß. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir fahren zu Weha, über Stadtsdorhof, Krüderweg, Talstraße, Briefzentrum. Wir fahren direkt Abfahrt. Wir fahren los. Waldschenke. Waldschenke. Stadtsdorhof. Genau, die Startsdorhof kommt jetzt. Stadtsdorhof. 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 La 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 die, wir fahren heute acht, la la, meine Tour durch Speerherd, im Bereich Peltung. Einen wunderschönen guten Morgen, Morgen Wuppe, raus mit dir. La la die, da, da, da. Hey Adam. Da, 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 da. Da, 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 da Musik Können sie vielleicht ein bisschen heller machen? Ich bin kurz sicher, ich seh nicht. Halt die Fresse! Sorry, ich hab das nicht vergessen. Oh Mann. Du meinst, ich mach das eben, ey. Ich hab das nicht vergessen. Ich habe das nicht vergessen. Briefzentrum D D D D D D D D Entschuldigung Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist ja immer das liebiges Thema von mir. Heilersdorfer Weg, Reha. 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 Ich danke für's Zuschauen und sage Tschüssikowski. Tschüssikowski. Okay, jetzt. Jetzt sage ich...